Herzlich willkommen bei uns in der Neuropsychologie. Wir Neuropsychologen beschäftigen uns mit dem Gehirn. Dieses ist nämlich sehr faszinierend. Es besteht aus Milliarden von winzigen Nervenzellen und sorgt dafür, dass wir sprechen, rechnen, laufen oder uns solche Videos anschauen können. Es leistet also ziemlich viel in unserem Leben und wir als Neuropsychologen helfen ihm, egal was passiert. Da sind Lena, die sich eine Kopfverletzung zugezogen hat und Jonas, der eine Krankheit hat, die sein Gehirn betrifft. Tim hingegen hat in der Schule Schwierigkeiten, weil er sich nicht gut konzentrieren kann. Wenn du wie Lena, Jonas oder Tim zu uns kommst, sind deine Eltern immer erst mal dabei. Du brauchst also keine Angst zu haben. Bei uns tut auch nichts weh. Zuerst führen wir zusammen ein Gespräch und lernen uns kennen. Wie läuft es im Kindergarten oder in der Schule? Was kannst du schon gut? Was ist noch schwierig? Danach werden wir zusammen Aufgaben lösen. Du darfst zeichnen, Rätseln, Rätseln, Bauen, Merkspiele spielen oder dich vielleicht sogar an einem Computertest probieren. Manche Aufgaben wirst du mit Links meistern, andere werden etwas schwieriger sein. Wichtig ist, dass du immer dein Bestes gibst. Zusammen mit deinen Eltern besprechen wir anschließend die Ergebnisse. Wir legen gemeinsam fest, wie wir dich bei deinen Schwierigkeiten unterstützen können. Zum Beispiel durch Fördermaßnahmen in der Schule, durch eine passende Therapie oder durch gezielte neuropsychologische Trainings. Du wirst sehen, dein Tag in der Neuropsychologie wird dir Spaß machen. Es wird ein Besuch sein, der dir hilft und in guter Erinnerung bleiben wird. Wir freuen uns auf dich!